Kann ich Ihnen helfen? Sie sollten mal lüften, es riecht komisch. Ja, das wegen der Tiere. Ah. Was wünschen Sie denn? Ich soll mein Leben ändern. Mir einen Hund kaufen. Wie? Einen Hund, bitte. Wie stellen Sie sich das denn vor, dass ich hier hinten eine Schublade voller Hunde habe, oder was? Ich weiß nicht. Ist doch Ihr Geschäft. Na gut, aber wenn Sie einen Hund wollen, müssen Sie zum Hundezüchter oder ins Tierheim. Das ist mir jetzt zu viel. Wir führen jedenfalls keine Runde. Was haben Sie denn? Wellensittiche, Papageien, Hamster, Meerschweinchen, Kaninchen. Ja. Sind Sie Allergiker? Was? Dann hätte ich auch Felllose. Das sieht bestimmt ekel aus. Ja, kein Fellloses Kaninchen, Felllose Tiere, Schildkröten, Eidechsen, Fische. Ich nehme Fisch. Wollen Sie sich über einen Wellensittich? Das geht immer. Sind die laut? Die zwitschern, wenn sie sich wohlfühlen. Ich nehme Fisch. Was denn für ein Fisch? Einen kleinen. Welchen Goldfisch? Komplett. Wie komplett? Ja, irgendwo muss er ja rein. Also ein Glas oder sowas? Hier, sowas in der Art? Ich habe mal gelesen, dass so ein Glas für einen Goldfisch reicht. Die schwimmen immer im Kreis und die haben so winzige Gehirne, dass sie sich nach einer Runde nicht mehr daran erinnern, dass sie schon mal an dieser Stelle gewesen waren. Tja, so ein Glas ist für sie so groß wie das Meer. Hier, der Fisch. Der sieht ziemlich rot aus. Ist der krank oder was? Nee, die sehen immer so aus. Hm. Sie wollten doch einen Goldfisch, oder? Ich dachte, der sieht anders aus. Wie denn? Irgendwie, der weiß nicht, Goldner? 19 Euro, 10er Fisch, 9es Glas. Frisst der Wasser oder nur Wasser? Nee. Fische fressen natürlich Futter. Ich habe hier eine super Bioaktivformel Futter für alle Zierfische. Sieben verschiedene Flockenarten, unterschiedliche Schwimm- und Sinkeigenschaften, hergestellt aus über 40 Rohstoffen mit Rebiotika. Rebiotika? Für die Darmflora. Hm. Nee, das ist das beste Futter, was wir haben. Das verkaufen wir seit Jahren. Mag der Fisch denn alle sieben Flocken? Sicherlich mag der Fisch alle sieben Flocken. 29 Euro. Der frisst genauso viel, wie er kostet. Ja. Teurer Fisch. Aber für den Hund geht's. Und das ist das, was wir machen.